Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minicraft Prison. Wir haben ein bisschen Zommio Monster Problem und sollten eigentlich hier noch ein bisschen abbauen. Ihr seht es an Red. Ich denke heute wird es so ein bisschen Timelapse, Baufolge, Laberfolge, je nachdem. Wir müssen jetzt hier erstmal klarkommen auf unser Leben. Wir müssen das auch verstehen, ne? Wenn ihr alles verpasst habt, schaut letzte Folge bei Red. Duggies, also wild, sage ich einfach mal. Mehr muss man glaube ich dazu gar nicht sagen. Och nein, hier sind schon wieder 10 Creeper. Ja, ich, 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 ja, Leute. Dazu haben wir ja gewöhnt, alle Schaltplatten, wir sollten eigentlich jetzt, boah, Alter. Ich hab einfach nur gedacht, nein. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Oh mein Gott, wie viel Glück kann man haben. Ich bin gerade, ich habe gerade dem Tod ins Auge geblickt und bin ihm ausgewichen. Nachsonderfahrung. Ja, wirklich. Oh Gott, hier geht es ja voll tief runter. Ja, ich meine nicht. Ich bin da gerade runtergekracht, weil mich ein Zombie runtergeschubst hat. Junge. Hä? Wie kommt ihr einfach? Was? Hä? Junge. Das weinig, Leute. Wozu geht das heute halt den ganzen Tag wahrscheinlich? Gott. Sterb. Oh mein Gott, ey. Ich habe anderthalb Herzen. Ich war full life, ja. Oh, es ist so schlimm, Leute. Es ist... Da kommen einfach so 700 Zombies von oben und schubsen mich einfach immer weiter runter. Ja. Es ist die Hölle hier, also wirklich. Die Hölle auf werden. Oh nee. Du schießt mich nicht runter. Und wie gesagt, ich versuche jetzt hier den ganzen Weg so ein bisschen auszubessern. Oh, wie viele Monster sind da hinten schon wieder? Damit wir hier einigermaßen überlebend durchkommen. Aber es ist halt auch nicht ganz einfach, muss man sagen. Aber wir geben unser Bestes und Red ist hier immer fleißig am Kämpfen. Ich bin Level 27 mittlerweile, ja. Krass, ey. Ich sollte weniger sterben, dann wäre ich auch so ein hohes Level. Aber ich bin aber nur noch zwei Herzen, ne? Aber ich kämpfe die ganze Zeit eigentlich so. Ja, ist so. Ich versuche halt mehr so ein bisschen zu bauen, weil ich kann besser bauen als kämpfen. Aber es ist wild, Leute. Es ist ganz, ganz wild. Du kannst alles besser. Außer kämpfen. Ich hasse Falschar. Das Skelett hat mich einfach runtergeschossen. Ja, und das war es dann auch mit den 27 Leveln? Stimmt. Nein. Och nein. Ich glaube, mein Zeug liegt in dem Creeper und ich hatte mein Dia-Schwert. Das schärfe 5 Dia. Oh, okay. Du hast ja einen Dia-Loot dabei, ne? Ja, klar. Aber ich habe die ganze Zeit ja am Fighten hier. Ja, stimmt. Okay, ich habe meinen Dia-Loot wieder. Oh, zum Glück. Aua. Oh, scheiße. Mein guter Bogen liegt da noch in der Mitte. Oh nein. Den habe ich. Oh. Ich komme halt nicht dazu, mir riss du ganz zu zehn. Ja, sowieso. Du bist halt zu schnell tot, wenn das so ein bisschen in der Masse liegt. Meinst du, wir können die Woche nochmal mal anders aufnehmen? Äh, also morgen definitiv nicht, aber freitags könnte eigentlich gehen. Ja, Freitag wird bei mir schwer. Ich meine jetzt so nächste Woche vor Mittwoch. Ach so. Wann Samstag? Äh, das wäre ungefähr von... Der Zombie hat mein Dia-Schwert. Von halb zehn an bis zu ungefähr zwölf. Das kriegen wir hin. Da kann ich nämlich nach der Folge aufgehen. Ich habe schon wieder so gar keinen Bock mehr. Finde ich gut. Ich bin gut, dass ich mal nicht der einzige bin, der keinen Bock mehr hat. Ja, ich bin jetzt auch wieder gestorben. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich muss jetzt wieder meinen kranken Loot erobern hier. Das sind 700 Zombies mit Dia-Schwertern. Ja, das ist halt auch... Oh, jetzt ist ein Creeper. Also bitte, supportet das mal ein bisschen, ne? Okay, ich habe wenigstens Teil meiner Rüstung wieder. Und mein Schwert. Der Junge, der Zombie hat einfach mein Schwert. Oh nee, hier ist ein Creeper. Leute, falls ihr euch fragt, dass gerade hier meine Mission ist, ich versuche den Weg freizustellen, damit wir runtergehen können. Ganz runter und auch wieder ganz hoch, ohne dass uns Monster auf dem Weg selbst begegnen. Weil wir haben genug zu tun, wenn die hier rundherum irgendwie stehen und uns zujubeln. Ja, wir haben einen langen Weg vor uns, Leute. Wir haben einen langen Weg vor uns. Meine Dia-Schwerte sind nicht wieder da. Doch, hier. Ja. Oh mein Gott, die Dia-Chest. Oh mein Gott. Okay, ich habe mein Dia-Schwert, die Dia-Chestplate und den Krankenbogen. Also ich habe erst mal das Wichtigste wieder. Das ist wichtig. Und ich knallte jetzt hier einfach auch alles in die Kiste. Ich habe gar kein... Mir fehlen nur noch meine Schuhe. Ähm... Ich habe keine Pfeil, aber hier liegen noch irgendwo welche. Ja. Alter, ich bin schon wieder in den Zaun. Wo kommen die denn die ganze Zeit? Ich meine, Digga, unser Gang ist auf jeden Fall mit 50 Fackeln ausgestattet. Und wo? Ah, das Skelett hatte meine... Ne, das hatte eine Hose an. Das Skelett hatte eine Hose von dir an. Und mir? Ach ja, ich habe immer noch keine Eisenhose. Ja, ich habe immer noch keine Eisenhose. Ja, aber die war fast kaputt. Also ich habe die jetzt mit meiner zusammengekauft. Jetzt ist meine wieder ein bisschen mehr. Wo kommst du? Ah ja, hier sind meine Schuhe. Ne, das war gern Paola. Scheiße. Irgendwo müssen hier meine Schuhe drin liegen. Oder das hat irgendein Zombie oder so weggeschleppt. Das kann natürlich auch passiert sein. Ja, die Dich, die sagen ja das die ganze Zeit auf. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich habe schon wieder eine Hexe. Oh, vielleicht kehren wir da irgendwann mal mit Eisenschuhen. Das ist eine Hexe. Moin, ne? Natürlich. Ich höre doch, wie das Skelett auf mich schießt von wo? Alter, die war ja übel schnell down. Aua. Hä? Jo, okay, jetzt hält es wieder einfach von oben runter, ne? Alter, es ist zu wild, was hier einfach abgeht. Die kracht einfach immer alles von oben runter. Wo kommt das jetzt her? Auch wieder verzauberten Bogen und alles in der Hand? Oh, wie weiß ich, Alter. Och, Junge. Ja, ich bin Level 7 nur noch jetzt. Ja, natürlich, ne? Ey, also irgendwie finde ich das Projekt übel unterhaltsam, aber irgendwie ist einfach auch so der letzte Nerv wird hier einfach noch geraubt. Ja, wirklich, das, das, weißt du, wir landen danach in der Psychiatrie, Junge, mit Depression. Ja, aber sowas von. Nach diesem Projekt, Alter. Was ist jetzt passiert? Wenn ich hier, mich hat gerade so ein Creeper angeguckt, er rannte so auf mich zu, aber vorhin so halt eine Riesenschlucht und er läuft einfach und fällt einfach runter, dann ist er einfach weg. Hallo, Creeper? Das sah witzig aus. Oh, das war, glaube ich, der Creeper, den du gesehen hast. Ne, oh, ne, es ist ja nur ein Skelett. Ja, aber die, what, da ist noch ein Skelett, die fallen aber wirklich einfach vorm Himmel. Ja, die Skelette fallen, die stehen dann plötzlich einfach vor einem und haben auch sogar noch Rüstung an. Ja, und sind einfach die besten Aimer, die es überhaupt gibt. Die dich einfach mal im Flug treffen mit No-Scope und so. Ja, ja. Also, ich finde das ein bisschen abgehört. Ja, wirklich, also ich beschwör mich danach. Hä, oh mein Gott. Und wo kam das nicht schon wieder? Digga. Was ist jetzt? Ich hab, ich hab gerade gebaut, jetzt hab ich ein Loch gefunden, wo irgendwie so drei Skelette drinstehen und die hardscopen jetzt. Ich hab ja keinen Bock jetzt. Die schießen einander ab. Ja, weil sie eins geschossen hat wahrscheinlich und dann hat es das andere gekostet. Was? Du warst genau da. Jetzt sind alle Skelette und alle Creeper hier tot. Das ist aber gut gemacht. Was? Ja, die Explosion. Was? Das ist nicht du? Ja, doch irgendwie schon. Irgendwie hat mir der Creeper von hinten irgendwie Damage gemacht und dann hat mir sich das Skelett erschossen. Oh, du, Alter. Das war gerade ein bisschen dangerous. Was? Danke, ey. Das hat mir gerade auch... Das hat wahrscheinlich das Skelett... Ja, das Skelett hat meine Chestbelt an und alles. Oh nein. Ich hab's mit der Hand gekillt, Junge. Du brauchst einfach deine Rüstung verwenden. Ich hab das Skelette mit der Hand gekillt. Und das hatte auch mein DIA-Schwert, ja. Weil wenn Skelette ein Schwert finden, dann nehmen die das... Nee, hab ich gar nicht. Wenn die Skelette das Schwert finden, dann nehmen die das einfach in die Hand, ja. Und dann haben die das einfach und dann kämpfen die nahkampfhaftig, ja. Das ist nämlich das. Das wissen viele nicht. Alter. Oh mein Gott. Wenn du von einem Skelett gekillt wirst und das findet dein Schwert, dann nimmt es das in die Hand, packt den Bogen weg und geht mit dich auf dem Schwert los. Ja. Aber Skelette sind doch allgemein eigentlich relativ intelligent, oder nicht? Jetzt hab ich nur noch fünf Level. Ja, die sind voll intelligent. Die fliegen immer von oben runter und dann knallen die einen ab. Ja, aber halt in der Luft und so. Die sind halt schon nicht ganz. Ja, ja, noch in der Luft. Die sind halt schon nicht ganz. Ich hab absen lassen, wenn man jetzt hier zu fighten. Ich geh jetzt hoch und dann grabe ich einfach. Ja, ist so. Ich mach hier auch eigentlich nur noch. Man kann aber auch nicht zwei Minuten Ruhe einfach kurz meinen, ey. Das gibt es nicht, mein King. Was ist Ruhe? Was ist Ruhe? Okay. Da, wo ich hingehe, sind einfach drei Creeper. Oh, warte mal, ich kann dafür sorgen, dass wir mehr Schallplatten kriegen, wenn ich wegrinne Stimmt Oh, scheiße Ja, fahr du mal ein bisschen mehr Schallplatten Das Skelett mich in die andere Richtung wieder geschossen hat und dann sind die Creeper explodiert Schade Ah, da hinten ist noch ein Creeper Und das sind Zombies Warum auch nicht Ey, es ist so krank, ey Aber unsere Map allgemein hier, es ist so wild Hier steht schon wieder ein Hier steht eine Hexe und drei Creeper Und ich habe nur Explosionen Es ist doch so schön, das Leben, oder nicht? Oh mein Gott, das Skelett habe ich Das, nein Ach man, das scheiß Skelett Hat mich runtergeballt und dann sind es wieder 1000 Monster Boah, ich habe doch so keinen Bock mehr, jetzt mal ehrlich Oh, das Skelett Was trifft es mich? Ich blogge Ich blogge Hä, wie kann dieser Schleim mich töten? Ich bin... Hä? Ich sehe 24, sieben einfach nur im Chat steht My King wurde gekillt My King wurde gekillt My King wurde gekillt Also die eine Nachricht ist bei mir gerade aus dem Chat raus Dann steht sie schon wieder drin Ich komme aber auch nicht... Digger, wenn ich das Slime einmal in so eine Loch runterdrücke, ne? Dann kommst du auch nicht mehr raus Junge, ich stehe einfach den Telefon Mann, Alter Wie mache ich das taktisch jetzt am besten? Was? Ja, hier der Slime Weil der ist auch übel fetten, ne? Das ist nicht so ein kleines... Oh, oh, oh My King Was? Soll ich dir helfen? Ja, gerne Er macht halt irgendwie auch einfach 5 Herzen Schaden, ne? Geht's doch auch gleich wieder zum End Nach unten am Endportal meinst du? Ja, ja Ja, ich komme, ich komme, ich komme Ja, jetzt ist er gleich tot Jetzt ist er gleich wieder Kleinen Ball Zu AB Oh, Junge Es ist so stressig, dieses Spiel Noch eine? Ich komme jetzt hier auch einfach wieder nicht rum Ich habe sie alle, also Die ich gesehen habe, platt gemacht Das ist nett Ich höre schon wieder ins Gelände Hä? Was ich auch... Hey Ich bin gleich tot, nein Oh, ich gehe wieder hoch Mann, Alter Ich hatte endlich alles zusammen Und dann kommt dieses Scheißgelett Oh, meine Hand, Alter Die Skelette machen auch immer voll den Mobbingkreis Du wirst einfach von der einen Seite angeschossen Dann drehst du Vloggst du zu der Seite Dann Und dann schießt das andere Skelett von hinter dir den Rücken Und macht dir wieder Damage Dann gibt es keinen Sinn Die sprechen sich doch ab Das ist voll unfair Ja, gut, aber würde ich auch machen Wenn ich so in der Skelett Crew wäre, ne? Du bist aber nicht in der Skelett Crew Du bist das Opfer, was gemacht wird Ja, ist so Jetzt steht hier schon wieder eins mit einem Verzauber Hat ein Bogen Cheat, chart, chillig Äh, hast du meinen Loot? Weil... Nö, aber ich habe es sehr wenig zusammenbekommen Tatsächlich diesmal Aber da ist nichts explodiert Da musst du gucken Das hat bestimmt das Skelett angezogen oder so Ich bauch gerade ganz friedlich hier oben ab Ja, ja, ich komme auch gleich Sobald ich meinen Loot wieder so ein bisschen zusammen habe Ah, hier sind noch Schuhe Ich glaube, mein Helm war so Ich wollte gerade sagen, mein Headset Aber mein Helm ist, glaube ich, sowieso Der Headset war kaputt Ja Ja, schade, ne? Kommt der um die Ecke, ne? Aber warte mal, wir sollten doch Jetzt, komm, wir wachen Oder je nachdem Ja, jetzt stehen hier wieder drei Creeper Okay Es ist einfach, es ist einfach zu wild Leute, es ist einfach Was soll ich sagen? Es ist einfach scheiße, nicht? Ja, wirklich Wichtig, langsam Prison macht uns eine lange Zeit Spaß Und mittlerweile ist es nur so Och, jetzt müssen wir wieder aufnehmen Jetzt müssen wir wieder sterben Ach, scheiße Jetzt müssen wir wieder aufnehmen Ja Nee, Spaß Aber es ist, also doch Hat was Eigentlich ist es schon so Ja Wir haben es auch gesagt In der Timelapse von Red Das Projekt likt sich halt langsam Auch dem Ende zu Und es wird halt immer mehr Folgen Jetzt einfach geben Wo wir einfach nur noch hier sind Sterben und farmen Und ja Ab und zu Können wir dann irgendwie was noch machen Aber Naja Wir genießen mal den Moment Wir genießen mal den Moment Der Ruhe, wo keine Creeper explodieren Ja, wirklich Aber müssen wir halt wirklich auch Ich bin schon mit dem Monster Oh mein Gott Oh mein Gott Ich kann ja gleich mal Warte, mein Spielzeug ist kaputt Ich hab mal kurz in den Chat Was da steht Miking Sie wurde von Skelett erschossen Miking wurde von Skelett erschossen Miking wurde durch Wattphoenix erschossen Miking wurde von Zombie erschossen Miking wurde von Skelett erschossen Warte, kommt der Zombie gerade auf mich zu Ich wollte einen Screenshot gerade machen Aber irgendwie geht das nicht In dem Chat Und dann blende ich den einfach ein Miking fiel auf der Schwerkraft zum Opfer Miking wurde von Skelett erschossen Miking wurde von Slime erschlagen Miking wurde von Wattphoenix erschossen Miking wurde Wurde von Spider erschlagen. Mein Phönix fiel aus der großen Höhe. Mein Phönix wurde von Skelett erschossen. Mein Phönix wurde von Zombie erschlagen. Man sieht immer, wann einer versucht hat, als scheiß Nut zu bekommen. Mein King wurde von Slime erschlagen. Mein King wurde von Skelett erschossen. Man sieht aber so, warte, was? Mein King tot, 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 red, 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 red tot, mein King 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 tot. Junge. Es ist krass. Hier steht schon wieder Creeper, Alter. Oh Mann, ey. Oh, lol, da waren zwei, oder? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich hab irgendwie den nicht gehittet von der Reichweite. Aber was ich jetzt grad mal machen wollte, ich wollte mal grad eben wieder hochgehen und gucken, als ob hier jetzt ein Babyzombie ist. Junge ver... Okay. Oh, okay. Oh, lol! Woher hingeflogen? Ey, es ist so geil, dieses Projekt. Es ist... Es war... Es ist so funny, wie extrem das alles ist, ne? Mann, ich bitte hab das kaputt. Lois. Ja, Leute. Ich bin eigentlich auch noch hier. Red... Ich weiß grad nicht, was da war. Wir sind jetzt mit Red. Ist er gemudelt? Ja, er ist gemudelt. Okay. Ähm. Leute. Es ist absolut wild hier. Und die Folge neigt sich auch langsam an den Ende zu. Wir hatten noch kurz bis Red zurückkehrt. Ähm. Weil, ja, wir müssen noch ein bisschen aufnehmen und dies, das. Ihr habt es ja gehört. Es ist jetzt auch schon einfach relativ spät. Gut, für mich ist es sowieso spät. Aber, wir husteln für euch, Leute. Deswegen lasst doch gerne mal ein Like oder ein Abo. Da wären wir sehr froh, tatsächlich. Schreibt ein bisschen Feedback in die Kommentare. Zum Beispiel. Bei mir hat jemand geschrieben. Ist zwar wahrscheinlich jetzt schon ein paar Folgen her. Hat geschrieben so. Ja, Musik war etwas laut. Aber sonst geil. Und so. Das ist extrem. Es ist halt einfach auch hilfreich. Weil. Ich merke das nicht immer im Schnitt. Und. Äh. Dann ist es einfach ganz praktisch. Wenn ihr da auch nochmal so zuhört. Bitter, wenn ihr zuhört. Einfach das Video schauen. Und mal ein bisschen Feedback da lasst. Könnt ihr euch auch gerne bei Red machen. Feedback ist immer gut. Kritik. Ist angebracht. Das ist wichtig. Ich habe so eine Scheiße gerade. Ich werde müde. Immer wenn ich müde werde. Dann darf ich irgendeine Scheiße. Und wir müssen jetzt halt ein bisschen warten. Bis Red zurückkommt. Ich weiß auch nicht. Wie lange das wir hier haben. Bis wir diese Scheiße hier alles abgebaut haben. Also. So mein Ding. Warte. Ich bin wieder da. Okay. Ja kein Ding. Wie. Was denkst du. Wie lange werden wir hier haben. Bis sich das alles abgebaut ist. Das wird doch Jahrzehnte dauern. Wieso steht hier ein Enderman bei den Hühnern drin. Bei uns oben. Ja okay. Warum auch nicht ne. Wieso. Ich guck mal kurz nach. Ist die Warze. Die Warze ist gewachsen. Oh. Wichtig. Ich habe die abgebaut. Wir haben drei Stück rausbekommen. Oh. Nice. Hättest du nicht so einen Scheiß gebaut damit ne. Ja. Ich habe wieder eine angebaut. Hä. Warte. Ich habe vier da rausbekommen. Oder habe ich die gerade dupliziert. Hä. Ich habe eine angebaut. Habe aber drei momentan gehabt. Weil ich ja gesagt habe. Wir haben drei rausbekommen. Hä. Keine Ahnung. Egal. Ja ist ja geil. Wir machen jetzt ne. Oder ne. Das machen wir in der nächsten Folge bei mir dann. Ja klar. Wir machen jetzt die Amut. Leute. Wie ich schon gesagt habe. Schaut auf beiden Kanäle vorbei. Lasst Like und Abba da. Schaut unbedingt in die Playlist. Da finden die nämlich jede Folge. Meine Spitzhack ist jetzt auch noch kaputt. Das passt ja perfekt. Leute. Wenn es euch gefallen hat. Dann. Schaut weiter. Die nächste Folge ist bei Red. Bis zum nächsten Mal Leute. Tschüssi. Ciao. Ciao.